und schon wieder schläft mal der gute mario wieder ist aber nicht so schlimm wir wecken ihn einfach und damit willkommen zurück zu let's play super mario galaxy ja wir haben hier jetzt schon ein paar galaxien abgeschlossen und wir haben die kometen kennengelernt genau und zwei neue galaxien wurden auch schon entdeckt wunderbar und dann geht es jetzt mal weiter aber trotzdem wir haben hier schon der ein galaxie da schon mario warum läufst du nicht jedoch oder nicht genau doch jetzt geht's wir haben da ja schon soweit ich weiß jetzt schon komet gefunden und auch schon gemacht aber trotzdem ist da noch keine krone dran das hat und das zu bedeuten wenn ich hier mal schaue die eierplanet galaxie den komet der komet ist gemacht aber immer noch nicht die galaxie komplett was da wohl noch auf und zukommt das kann ich noch nicht sagen 1 kann ich sagen wir werden jetzt hier im badezimmer weitermachen die stern starb galaxie haben wir die jetzt schon fertig also so mit den stern die wir schon erreichen können oder gab dann noch gab es da noch eine aufgabe ich glaube da gab es so eine aufgabe die wir am besten jetzt gleich mal machen und genau der dritte stern den vierten stern haben wir dass die weise schon war ja der komet nehmen wir dann am ende des letzten fahrts noch gemacht haben war ja so ein zeitkomet und hier nun klebe kommt und königsspinner klebe kokons was ist denn das lasst uns das mal raus finden auf jeden fall eine ganze menge spinnen ich mag ja nicht so spinnen aber na gut müssen wir durch da müssen wir durch so hallo liebe tauts ihr seid ja auch wieder mit euren raum schuppen hier ist ja super das kapitän tot allöchen einer aus unserem trupp ist auf der suche nach einem power stern auf diesen planeten gegangen aber er kommt einfach nicht mehr zurück dann schauen wir mal nach was da los ist hier sind wieder diese greif sterne müssen wir jetzt wieder aufpassen dass wir weit genug stelle und hier sind nun diese blöden spinnen sollen ausgeraute werden und eigentlich sind ja spinnen eigentlich sehr sehr freundlich die tiere die entfernen die fliegen und so diese spinnen sind böse aber trotzdem dass ich die da mal leben die da jetzt neues so die passage die kennen wir ja schon aus den letzten aus dem letzten part außer na gut hier sind wir noch nicht lang wir sind einen anderen weg lang da unten ist ein sternring aber wir müssen hier erstmal einen eingang finden hier sind erstmal ein paar sternteile die nehme ich natürlich gerne mit wir haben ja schon gesehen dass wir auch mal öfters mal sternteile brauchen und dahinten ist das loch so dann geht es jetzt hier rein und das scheint hier erstmal so ein kleines labyrinth zu sein mal sehen ob ich das gleich durchschaue hallo gumba ich entferne mich mal so hier sind noch mal ein paar sterne auch schau mal eine an da oben ist ein gomeluma den müssen wir uns merken was wir das ist dann hier so ein versteckter stern ich werde mach den mit absicht jetzt nicht aus dem folgenden grund vielleicht habe ich jetzt sowieso noch nicht genügend sternteile und ich möchte dann mal sehen ob ich oder ob der versteckte stern angezeigt wird in der galaktienkarte erst natürlich doof wenn ja nicht angezeigt wird dass wir vielleicht ein paar versteckte sterne übersehen haben also weit ich mich erinnern kann werden die glaube angezeigt also das ist dann halt so ein dunkler dann schatten stern wie man halt den von der galaktienkarte erkennt wenn ein stern und nicht auch scheiße das war jetzt richtig dumm von mir das war unser erster tod scheiße aber es gibt hier ein glück ein checkpoint also unser erster tod und sowas von dumm weil ich nur nicht treffen konnte mit mario ja gut ist ja auch eine enge passage hier und was ist mit ihr los helfe ich hänge fest ziele mit dem zeiger auf mich und ziehe durchdrücken von a oh mein gott es dort jetzt ist er dort hinten und wir können da jetzt auch rein und uns auch weg schießen lassen ist das nicht cool ja tot ich helfe dir gleich ich möchte mal kurz schauen was hier auf diese seite ist nix besonders manchmal stammattacke kommt auch nix na gut dann geht es jetzt mal weiter mit ihr tot aber runter und wir folgen gleich dem tod allöchen auf den kopf auf den kopf aber leider nicht vielen dank gern geschehen so ist hier sonst noch irgendwie was speziell ja an maxi pils wunderbar und so wurde ja schon im titel von einer riesen spinne berichtet kann sein dass uns jetzt ein boss wartet oder erwartet warum ist der maxi pils jetzt gar nicht verkehrt hier könnten noch verstecke hier und wie sein hinter den ganzen planeten was ist da jetzt für ein planet ups ja hallo tot geht's dir ich lasse ich wollte dich eigentlich lassen aber na gut so wir müssen da jetzt noch rein und da mal so das ist doch mal eine coole spinne oder nicht unsere aufgabe ist jetzt ganz einfach mal weg rennen weil der dinge da der schleim ist sehr sehr gefährlich dann hier und wir müssen die punkte treffen an den punkten ist ja verletzbar so nun zwei sind schon mal weg der größte punkt ist natürlich sein hinter und da müssen wir jetzt auch mal gegen die anderen punkte brauchen wir glaube gar nicht ja kaputt machen weil da kommt nur das gift raus die punkte die jetzt hier auf dem rücken sind die müssen weggemacht werden also ein punkt da jetzt noch verschwende jetzt gerade sehr sehr viel zeit aber es hat doch noch gereicht denkt nicht dass es das jetzt hier schon war es geht jetzt hier weiter wir müssen jetzt hier weg das war jetzt eher nicht so geplant aber wir sind hier fast am hintern angekommen und daneben aber wir haben eine diese da und jetzt hier auf dem rücken und und geschickter anstellen ach so man kann glaube nur einen so einen punkt kaputt machen und jetzt ich bin es tot habt habt ihr gesagt dass wir die ausrotten also ich bin wollte mir ja nicht glauben so dann hier jetzt und ach dann eben das war jetzt da den stern zu kriegen ist schwieriger als die spinne zu besiegen geht doch und wir haben den stern und somit ist jetzt die stern obwohl nicht es gibt ja den nummern noch dort unseren lümer heißt immer dann gummi lümer heißt immer versteckter stern ich wüsste jetzt nicht wo da kein versteckter stern das ist der gummi lümer hier außerhalb des bades und den werden wir uns dann nach dem secret star kann man genau und da ist jetzt hier dieses frage zeichnen das bedeutet da muss ein versteckter stern sein und ich glaube ich kann mich doch erinnern dass so angezeigt wird in welcher aufgabe der versteckte stern ist genau hier wir haben ja schon gesehen wir brauchen nur genügend stern teile dann fange ich mal an hier ein bisschen zusammen also ich würde schon gerne so bevor ich dahin gehe schon so gerne 50 stück haben aber wir können ja dann auch gerne mal nach nachfragen wie viel er will vielleicht will ja dann doch nicht so viel wichtig ist hier jetzt erstmal alle spinnen zu tüten weil die geben ja wenn man schüttet jeweils drei stern teile wenn man auf sie drauf springt kriegen wir nur eine münze und ich bevorzuge in diesem fall die sternteile natürlich und du ja noch dann haben wir schon 30 stück kann auch sein dass er nur 30 wäre das ist von galaxie zu galaxie anders mal wäre ganz ganz wenig die man so sternteile die man sofort zusammen hat oder manchmal auch sternteile die wo es wirklich sehr sehr schwierig ist die alle zusammen zu kriegen ich frage einfach mal nach hast du sternteile ich will sternteile ich will um genau zu sein will ich 50 aktuell ist das ist jetzt schon ganz schön hier sind zwar noch einige sternteile dort unten auch aber ja wir werden wahrscheinlich nicht drum herum kommen hier in das loch rein zu springen genau also rein nach acht sternteile brauchen wir noch hier waren doch hier und wohl links war noch hier so ein kreis den nehme ich mir mal einfach mal und schon habe ich 50 zusammen jetzt geht es nur noch raus raus kommen wir einfach mit einem seitwärtssprung ich sagte seitwärtssprung und wirbler dann halten rückwärtsseite und wirbler nur falls auch mit einem greifstern aber ich wollte es bisschen ja eleganter machen ich habe die 50 der anteile ja mario es ist gut ich weiß dass du paar kunststücke kannst hallo hallo ich glaube er ist satt was kommt da jetzt für eine galaktie kann immer eine andere galaktie sein ah ja ein planet er ist ja ein planet keine galaktie stimmt aber ein planet der wie joshi aussieht zumindest der kopf von joshi was hier zu lösen ist ganz einfach alle goombas zu töten und ich versuche hier mal so einen kleinen score aufzustellen ich weiß nicht ob da irgendwie was doch es gewonnen als wenn man achte zusammen hat cool eigentlich so wie in den 2d marius finde ich ganz cool so manchmal hier so macht eigentlich ganz viel spaß ich kann schon verraten das wird dann später auch noch mal wichtig sein hier dieses genaue landen inwieweit genau dass das das werdet ihr noch rechtzeitig erfahren wenn das überhaupt in diesem spiel hier war oder ob es erst im nachfolger war weiß ich jetzt nämlich nicht ich weiß auch nur dass es mal relevant ist hier so eine springer auszuführen genaue springer aber wie genau das weiß ich nun auch nicht mehr da ist nun um den welcher ziel mal mit einer drei attacke besiegen und wir haben joshis kopf von den parasiten gibt befreit und wir kriegen den sternen dafür danke joshi der leider noch nicht in diesem teil mitspielt aber im nachfolger genau so dann ist die sternstaubgalaxie hoffentlich komplett abgeschlossen fragezeichen neue galaxie entdeckt aber der boss ist jetzt schon da nee auch noch nicht komplett abgeschlossen wow da fehlt hier auch noch was so wir haben die wahrscheinlich jetzt die feindliche basis entdeckt aber ich gehe jetzt zum gourmet luma der hier aufgetaucht ist und werde den wenn ich gegen sternteile habe ihn füttern so 700 denke ich mal wer vorher waren es ja glaube 400 oder so nee nee jetzt 400 dann achso okay dann habe ich das vertraut dann will wahrscheinlich der nächste 700 und wie kann ich mich daran was da so ein bisschen was daran erinnern dass der nach 400 700 heute nachher ich konnte mal das spiel also in und auswendig wusste genau wie viel jeder gourmet luma haben wollte und so schon ein paar jahre ja aber es ist jetzt wirklich schon eine ja wirklich schon eine jahre ja seitdem ich das letzte mal super mal galaxy spielte aber es ist schon richtig krass die kokon asteroiden galaxie fliege mit den klebekokons klebekokons hatten wir doch erst eben ok und was klingelt mir klingelt bei mir hier und was kann ich mich da das ist schwierig war das kann doch gar nicht sein vielleicht doch ich weiß es nicht doch das das erweckt böse erinnerungen das erweckt bei mir sehr sehr böse erinnerungen aber aber warum doch gerade diese passage dann müssen wir jetzt mal kurz warten bis sie aufhören so warum erweckt das bei mir solche bösen erinnerungen ich weiß nur eins ich habe das hier gehasst wie die pest es war doch schwieriger war viel viel schwieriger an das was ich mich da erinnere ich wollte da jetzt gar nicht hin ich wollte mich da wegschießen lassen da ist jetzt auch wirklich präzision gefragt einmal falsch daneben die wir sind tot so ich nein 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 ich habe es euch gesagt ich habe es euch gesagt wir sind tot aber hier gab es ein checkpoint ach hier sind wir man kann dann die flugbahn nicht mehr beeinflussen soweit ich weiß genau das ist halt schwierig aber ich habe es irgendwie kann ich mich erinnern dass es hier irgendwie was schwierigeres gab nein 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 kurz vorm stern das ist nicht euer ernst mein zweiter tot hier das ist nicht euer ernst dass ich hier jetzt so zweimal sterbe obwohl es eigentlich noch einfach ist obwohl ich hier ganz schlimme erinnerungen habe und gerade das hier ist doch einfach so ausrichten ausrichten jetzt geht doch na gut das ist jetzt hier auch nicht gerade einfach ich hatte ihn Angst dass mario vom feuer bei getroffen wird jetzt geht doch ein stern schaffen wir denke ich mal noch genau ein stern geht noch ein stern schaffen wir noch machen wir uns auch eine kurze aufgabe so wir landen jetzt bei rosalina es ist aber auch nur weil wir ein gourmet luma gemacht haben da landen wir auch immer draußen bei rosalina galaxie komplett bin verwirrt so ein bisschen weil irgendwie ich meine da gab es noch was schwierigeres aber da steht ja galaxie komplett also ist sie komplett vielleicht vielleicht gibt es davon noch eine weitere galaxie die ein bisschen schwieriger ist das kann sein genau dann wird es so wahrscheinlich sein ja gut dann auf hier wieder rein in die gute stube so dann will ich hier jetzt eine kurze galaxie machen ein testball haben wir schon gemacht jetzt kommt diese galaxie gibt es auch nur einen stern die bam 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 galaxie ach an die kann ich mich auch erinnern das hier ist ja nochmal eine große galaxie die werden wir aber erst im nächsten part anfangen dazu ist in diesem part einfach keine zeit mehr eine kurze aufgabe schaffen wir halt noch rennen und musizieren musizieren ich kann leider keinen zum mensch spielen ich wollte ständig mal keyboard keyboard lernen aber ja daraus wurde nie was weil ich nie durchgehalten habe ich konnte mal ein lied auf dem keyboard spielen aber das ist auch schon eine weile her dieser bohnen verschwindet wenn man auf ihn tritt pass auf genau das ist ein ganz spezieller bohnen wenn ich hier drüber laufe verschwindet der und er kommt auch nicht wieder zurück tschüss Gumba das war jetzt das war jetzt ich wollte eigentlich wollte ich keinen ich wollte eigentlich eine rückwärtsseite in die andere richtung machen das ist jetzt meine ausrede hier an ich stelle mich in diesem part ganz schön dumm an daran müsst ihr euch gewinnen das wird noch öfters passieren und dabei wollte ich nur das wunderbar warum mache ich das nicht so rum also das ist ich bin hier herumgelaufen aber der bohne ist unter mir verschwunden der bohne kommt übrigens auch gar nicht wieder falls ich das noch nicht gesagt habe ich glaube mal das ist das habe ich schon gesagt das ist sehr gefährlich so hier mal ein paar münzen und weiter geht das und hier sind wir ah ja da müssen wir den noten folgen aber wir müssen halt bedenken die plattform kommen nicht wieder also müssen wir ganz Scheiße da habe ich ich glaube wir haben sowas schon verloren weil ich aus Versehen auf die andere plattform getreten bin man muss das eigentlich sehr sehr koordiniert machen ah shit ja die plattform war weg da war es aus so ich werde jetzt hier kein äh nicht hier herum lange herumlaufen ich nehme hier einfach die abkürzung und und fliege dann gleich weiter dreimal jetzt in diesem level gestorben oder ne zweimal zweimal stimmt doch dreimal so hier einfach mit einem seitwärts sprung weiter und somit berühre ich dann da nicht die plattform und alles ist super glaube ich hoffe ich keine ahnung so fast geschafft fast geschafft 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 das schwarze loch ist weg und dort ist ein Stern jetzt könnte man noch die anderen ganzen plattformen noch ausfüllen kann man meinetwegen machen wir verzichten aber drauf und holen uns den Stern ja und das war es dann mit diesem part ich hoffe mal es hat euch gefallen wir hatten die ersten fällt jetzt die eher unnötig waren und wir haben 20 sterne wow bis zum nächsten part viel spaß sich noch schalten wieder ein und bye bye